Musik 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 Gott nein bin ich schlecht mit Big Musik 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 Vor allem kann ich außerhalb gar nicht äh innerhalb gar nicht angeln Musik Was das ganze sehr viel schwerer macht Musik Musik Ruggie Musik Musik Oh, Froggy. 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 Er darf nicht entkommen. Er ist entkommen. Oh, Gott. Froggy. 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 Froggie, noch komm, Froggie. Ah, ah, ah. Oh nein, ey. Vielleicht sollte ich da rüber, da gibt es keine Kante. Kann ich den nicht so schwul an der Kante entlang gelitschen lassen? Oh, was ich, was ich diese Katze hasse, oder? Okay, X drückt uns doof. Hier kann ich auch gerade den Unterschied zwischen Kreis und Ding nicht. Oh Gott, wie ging das? Gibt es hier kein Erklärvideo? Äh, Erklärkugel. Erklärkugel. Komm schon. So. Da ist noch ein Ring. Yay. Jetzt habe ich mich leicht beruhigt. Jetzt kann ich mal gucken. Oh Gott. Oh Gott, in eine andere Richtung. Na komm. Oh Mann, ich sagte, ich bin ein Appen. Das war's für heute. Na komm her, Digga. Ja, warum geht der denn auch immer wieder weg? Ey, ich rall das Prinzip nicht. Diese wichsen Angelkacke. Echt ey, das hätten sie rauslassen können. Ich mein sorry, aber das ist doch einfach nur dumm. Einfach nur grenzlos dumm. Okay. Okay. Aber muss ich erst warten, bis es da wirklich hit steht. Oh, dann war ich eben nur zu schnell. Okay. Musik Oh, komm schon Oh, Gott, ich hasse es jetzt schon Ich hasse es Jetzt schon wie die Pest Weil der Fisch wird ja nicht schwächer oder so Musik 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 Egal, ey. What? Das zieht mir ein Leben ab. Okay. Jetzt krieg ich gleich einen Anfang. Wo ist Froggy? Da ist Froggy. Oh, verkehrte Seite. Oh boy, ey. Komm. Wo ist dieser Drecksfrosch jetzt schon wieder? Da. Weiß dich dran fest. Weiß dich dran fest. Weiß dich dran fest. Weiß dich dran fest. Komm. Oh Gott. Du bist ein scheiß Frosch. Ach der Bruder beißt er sich nicht dran fest, weil dann kriege ich einen endlosen Rappel. So ein dummer Wichs, so ein dummer Drecks Mist Wichs hier. Daneben. Und dann statt dass er reingeht und den Fisch einfach fängt. Nein. Er muss denn ja angeln, er ist ja eine Katze. Komm. Droggy. Weißt du? Da ist er. Ich hätte einfach nur eine Hand nehmen müssen. Oh Gott. 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 Oh Gott Leute. Ich weiß schon ob ich Blick überhaupt nicht mag. Nicht nur weil er dumm ist sondern auch weil seine Aufgaben total dumm sind. Wo ist Froggy jetzt hin? Da hinten ist er wieder, ey. Na komm, du hast Hunger. Na komm, mach mal den Fisch mal an. Oh mein Gott, der hat einen Fisch gekriegt. Ich krieg einen Rappel. Du hast deinen dummen Fisch, ich hab einen Rappel. Und zwar einen ganz, ganz großen Rappel. Aber ich bin jetzt auch zu stolz, um zu sagen, ich hör mal grad auf oder mach sonst was. Froggy, Froggy, Gott. Okay, das werden lange Parts. Und das wird lang, nervig und richtig nervig. Komm. Komm.